Also, heute Abend ist die große Eröffnung der Ausstellung. Oh, das würde uns interessieren, aber wir müssen zu diesem... Genesis-Wiedervereinigungskonzert und zwar erste Reihe. Das wird wegen... Ich hab euch nicht eingeladen. Ach Gott sei Dank, es gibt kein Konzert. Als die neue Kunstkonferenz kennt, werde ich dort den jungen Künstler Strickland Siemens ein wenig Honig ums Maul schmieren, damit wir als Erste seine neuen Arbeiten kriegen. Vielen Dank.